Leute, heute und willkommen zu einer freshen Folge Superbodyman. Alter, wie wir abgehen. Let's go. Unser Bunny-Kumpel ist natürlich niemand geringeres als Benson Heiman. Auf den Weg, Elina, ich will hier langrollen. Wir müssen nach rechts. Nach rechts? Ja, ja. Das ist hier. Kann man hier auch springen? Oh, man kann springen. Hey, wie bist du gesprungen? Mit W. Oha. Oh Gott, das ist... Ich bin in das Portal rein, Elina. Ja, warte, ich muss hier kurz einen Sprung... Ich hab das auch ohne Sprung geschafft. Ach so, man schafft das auch ohne? Ja. Komm, 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 komm. Ja. Fahr, fahr los, Ben. Hallo, beruhig dich. Oha. Ich hab dir eine Brücke gemacht. Oh, hast du mein Samt gesehen? Danke für die Brücke. Warte, ich schaff das. Oh, Elina, du hast ein Problem, Elina. Du hast ein Problem. Nein, ich lass mich fallen. Hey, das Portal ist weg, weil du gestorben bist. Ach, du Kacke. Yo. Yo. Oh. Hey, jetzt hab ich mich da gesagt. Stark, ey. Ey, ist eine Möhre. Jo, was kannst du damit machen? Das ist das. Elina, ich weiß, diese Möhre ist ein Bonus. Ah, okay. Man muss ins Ziel kommen, aber du kannst auch den Bonus. Oh, oh. Elina. Oh, nein. Okay, let's go. Kannst du es jetzt mal schaffen, Elina? Hey, jetzt hast du mich runtergebucht. Backflip, Digger. Ah, okay, jetzt schaff ich's. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wenn, wenn. Und? Spring. Bam. Oh, hier. Oh, oh. Hammer. Oh, das war, das war, das war clean. Das war ein Purzelbaum. Das war clean. Guck mal, da siehst du die Möhre und die Uhr kriegen wir, wenn wir schnell sind. Das ist ausgeschlossen. Oh. Hä? Alter, der Kopf ist da durch die Kugel geflogen. Du hast mich so weggeschossen, Alter. Dein Kopf hat sich da gelöst von der Körper, oder? Du hast mich so weggeschossen. Ich rolle da unten meine entspannten Raufhauken. Meine entspannten Raufhauken. Du? Das kann doch nicht so schwer sein. Wow, hab ich dich weggekickt. Wow. Clean. Und nicht so clean. Und clean. Oh je. Oh, hier kann man sterben. Obacht, Ben. Obacht. Du schaffst das nicht. Ich mach einen ganz... Ungewinnig deine Bank. Alter, war das ein Mega-Jump. Nein, nein, nein. Ich geh schnell ins Portal, warte. Oh, warte. Scheiße, jetzt muss ich das schaffen? Oh, oh ja. Ich schaff's. Oh, oh. Was war da mit deinem Arm los? Das war gar nicht illegal. Wir müssen mal die Uhr schaffen. Wir haben euch einmal die Uhr geschaffen. Wir schaffen die Uhr jetzt. Ich weiß nicht. Ich hab dir so einen heftigen Kick in die Stauze gegeben. Ich sag dir ehrlich, dieses Spring braucht man nicht. Man muss nur rollen. Rollen ist der Game Changer, siehst du? Ja, Mann. Weil ich meine Lieder hier los. Oh, clean. Die Möhre, ich hol die Möhre. Ja, hol sie. Es hat Bling gemacht. Nice, okay, dann haben wir sie. Haben wir jetzt die Möhre? Du warst zu langsam. Oder? Wir haben auch nicht mal die Möhre. Was ist das so ein Betrug? Oh, ich bin anders schnell. Oh, shit. Das war... Ich seh nicht, ob du so schnell bist hier. Oh, das ist ein weiterer Sprung. Ich bin straight durch die Mitte gesprungen. Oh, schade. Der ist schwer, der ist weit. Mach only rollen, Edina. Aber das ist langweilig. Hier, zack, wie schnell ich bin. Zack. Ich mach weg, flieb. Scheiße. Oh, ich hab' schossen. Oh nein, man. Okay, rollen hat auch Probleme. Hat auch seine Nachteile. Hunter fallen kann ich. Nein, Edina. Das ist in mich in Ruhe. Oh. Das war ein Babelsprung. Jetzt musst du es... Okay, jetzt ganz vorsichtig. Das ist ein Weiter, nämlich. Das hat voll viele Sekunden gekostet. Ach, die Uhr braucht man für 16 Sekunden. Ach, steht das da? Ja, ja. Das ist ja bei jedem Level anders. Oh, Junge, das sind Spikes. Aua. Das waren meine Beine. Das war ein... Aua. Edina, mir geht's nicht gut. Mein Ben. Ich geh mit dir. Yes. Nice, geschafft. Boah. Alter, bin ich weit vorne. Das wird ein Rekord. Das wird ein Opel-Rekord. Ich bin schnell. Kacke. Alter, du hast es übel durchrasiert. Aber ich bin gestorben, also bringt es alles nix. Ui. Ich schaff das. Die Lieder der Beinpresse. Ich komm hier nicht runter. Ich war noch auf, dich festzuhalten jetzt. Ich bin hier raus. 22 Sekunden, Elina. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Welche? Da. Ja, Lina, lebst du noch? Alles gut. Und tot. Mann, sorry. Dieser Baum. Ich dachte, ich könnte da durch. Okay, first try Speedrun. Ups. Alter, ich bin so weit gejumpt, dass ich das wieder durchschrauben bin. Ach, Mann, Kacke. Mann, Elina. Entschuldigung, ich bin leider direkt reingeflogen. Aua, au, au. War es nicht. Ich bin schüß. Oh, 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 oh. Bist du tot? Lina, wie geht es dir? Diesmal hast du mich straight rein buxiert. Lina. Du musst den Roller machen und nur wenn du jumpen musst auch jumpen. Nee, ich will aber schnell sein. Ja, aber das geht doch nicht. Manchmal muss man auch. Hier, zack. Du bist ja mega schnell. Das ist ja wirklich. Ich glaube, das wird game changing. Du, win, win, win. Junge, Alter. Komm, putz. Wirklich. Was denn du, der Junge? Alter, der über Bugsau ist so krank. Oh, yes. Ich schaff das. Oh Gott, da ist ein Loch, da ist ein Loch. Pass auf, da ist ein Loch. Ich seh, das sieht auch ein Blinder. Nein, nein, nein. Oh, ich hatte so Angst. Ja, wir haben es geschafft. Wann sollen wir das schaffen? In 22 Sekunden? Okay, haben wir ja fast. Hey, da muss man runter, glaube ich. Was? Nein. Ach nee, war ein Prank. Doch, doch kein Prank. Nein, Elina. Hä? Hä? Safe. Was ist denn da passiert? Alter, du bist ein Macher. Boah, wir sind so weit außen an. Ja, ja, ja. Boah, das ist so schlimm. Warte, ich mach das fast toll. Lass mich da dooooh. Das ist mir doch ein bisschen. Oh, warte. War ein bisschen nervös. Oh, nee, warte. Ich muss ein bisschen Abstand hier gewinnen. Oh, Mann. Ach so, weiß ich. Guck mal, wie ich da stehe. Oh, nice. Doch nicht so nice. Ich will das aber einmal proben. Alter, perfekt drauf, wirklich. Der ist schwer. Rainer. First tryout, die red. Nein, nicht direkt. War es nicht direkt. Äh, besser. Alter. Oh, oh. Du musst eine volle Drehung machen können. Du bist so nah dran. Boah. Habe ich doch geschafft hier. Was willst du? Was willst du vom Bunny Master, Elina? Oh. Das war klar. Das war sehr. Ich habe geheben, mir da mal ein bisschen Platz hier. Oh. Ich bin fast, du hältst den ganzen Druck auf dir. Ja. Oh, das ist cool. Da will ich rauf. Ich spreche aber so. Hä, das ist voll sinnlos. Die können da doch eh hoch. Robin. Warum ich denn? Du hast mich. Karotte. Was muss man mit der machen, bestimmt. Weg ist sie. Alter, da habe ich da komplett auch gesaved. Wir schaffen das in den First tryer wird das. Was ist denn hier los? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Du hast keinen Kopf mehr. Kommi, die da auch. Erzählt das? Ja, aber erzählt habe ich auch so gesehen. Ich weiß nicht. Habe ich auch so gesehen. Du siehst, aber das ist ganz, hä, ich, ach, hä? Wir haben es geschafft. Aber ich kann das nächste Level nicht machen. Ach so, Level 9, ja, hä? Schon gerade, das ist ein Festlingbuch gewesen. Wir haben jetzt herausgefunden, wie man greift. Oh ja, Ben sagt es. Oh, pass auf. Aber es muss ja nur einer von uns. Spin! Ja gut, das ist halt ein Verlust, mein Gott. Ja okay, nur du machst. Okay, okay, nur ich. Das ist jetzt meine Mission, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ich es schaffe. Also natürlich schaffe ich das jetzt. Auch First try. First try? Ja, jetzt. Ah, sagst du. Hm, das muss ich nur noch. Ich kriege sie nicht hoch. Na, komm. Komm schon mal. Ich muss ein Stück zurück. Boah, was ein Profi. Ich bin ein Profi. Aber jetzt ist auch ein Ziel gekommen damit. Alter, ich bin so ein Pro. Ich bin so stolz. Da ist die Karotte da. Wir haben die Möhre, Alter. Wir haben die Möhre. Und jetzt haben wir eine Medaille mehr. Und damit auch das nächste Level. Okay, let's go. Wollen wir jetzt auch die Karotte? Na, sicher. Ups. Sagelina. Ah, warte mal, ich kann sie noch holen. Du musst am Anfang auch mal direkt, du bist, startest du mal voll langsam. Hä? Hä? Ich bin immer vor dir. Deswegen bin ich auch gerade drei Sekunden vor dem Ziel. Hä? Ich will doch die Karotte haben. Aber ich will die Zeit. Stark. Hahaha. Da ist sie. Ja. Wir haben sie bekommen. Nice. Wir haben jetzt zehn. Ich nicht übrigens. Das heißt. So, du. Warte, schaffen wir es jetzt ins nächste? Ja. Wir können das nächste Level. Wee. Boah, das wird schwer jetzt bestimmt. Nee, schaffen wir easy peasy. Stattes bleiben wir immer wie eine Oma. Ja, aber weil ich auch blöd bin. Aha, Ben. Das habe ich nicht gesehen, dass das da ist. Ich sage ja immer, Sicherheit geht vor. Ich will die Karotte. Ach, du bist schon tot? Ja. Mau, Ben, Mau. Och, Alter. Ich bin so reingedacht. Wißt du, wie das bei mir aussah? Nee. Alter, das war ein absolut... Oh, er kommt bei dir gekommen. Oh, wacke. Clean tot. Clean? Jetzt ganz vor... Wo, wo, wo. Was ist denn jetzt los? Nein. Och, das war illegal. Ach, Ben. Huh. Okay, ich bin da. Du schaffst das. Du schaffst das. Ja. Okay, jetzt ganz vorsichtig hier. Da, Elina. Ja. Ja. Bam. Clean. Oh, mein Gott. Das war der heftigste Champion, die ich je gemacht habe. Boom. Nein, nein. Weil du wieder übertreiben musstest. Was? Was für übertrieben habe ich hier? Gar nicht habe ich hier übertrieben. Wunder am Ziel gewesen und doch so fern. Okay, will ich auch noch mitspielen? Oh, Alter. Oh, 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 Ben, 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 Ben. Warte. Warte. Halt dich jetzt fest? Nee, safe nicht. Ich mach mal weiter, ne? Guck mal, wie weit wie auseinander ist. Ich halte die Karotte nicht fest. Ja, du schaffst das, Elina. Ich beobachte, dass du am beiden bist die Karottenbeauftragte. Hab sie. Sie saved auch so ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen saved ihr. Oh, Ben, Ben. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. What a safe. Das war knapp. Zeig, was du kannst, Elina, mit der Karotte. Boah. Bin drin. Du hast sie losgelassen. Nein. Ich hab sie nicht losgelassen. Hier, ich hab... Du kriegst übrigens immer nur die Karotte. Ich krieg die nie. Oh, nein. Wir können nicht ins nächste Level. Weil du ein Versager bist. Weil ich nur 10 habe. Los, Ben. Wer ist das denn? Ach so, das ist unser Geist. Jetzt werden unsere Geister hier gezeigt. Oh. Ben. Ich sehe keine Geister. Doch, ich sehe hier den Focky-Geist. Ich bin eh nicht ins Ziel. Ja, dann lass mich vorbei. Ja, easy, ne? Ben. Hey, das ist so illegal. Du behinderst mich auch. Das ist... Deine Hässlichkeit blendet mich. Was? Hallo? Los, Ben, los. Los, Ben, los. Oh. Oh. Scheiße. Ja, sauber. So, habe ich, Elina. Hast du die Karotte. Ja, schön, sauber. Oh ja, noch ein Backflip. Ein Karotten-Backflip. Und jetzt ins Ziel. Bah, Karotte nach Hause gebracht. Das final Level. Dann haben wir das hier gespeedrunnt. Das ist ja wirklich ein Speedrun. Let's go, Elina. Das ist ja nicht eine Uhr, aber ein Speedrun. Das ist ein heftiger Speedrun. Oh, das wird... Oh, weiß ich nicht. Weiß ich dich, Elina. Hab's geschafft. Oh, Mann. Ich bin mit Absicht reingesprungen. Ich dachte, das ist jetzt eh vorbei. Ja, ich puste dich rüber. Schade. Ups, Entschuldigung. Ich dachte, du schaffst es nicht mehr. Und? Boah. Ja, Ben. Du hast mich komplett gerettet. Echt? Ich hab dich eigentlich in die Falle gekickt. Weil anders den Dreh raus, Elina. Ja, ja. Wir sind ein richtiger Master. Karotte. Nehmen wir mit. Oh, das ist schwer. Oh, hier jetzt nicht drauf. Hier nicht drauf. Warte kurz. Die Karotte hier zu hinten ist heftig. Haha. Jetzt da nicht drauf hier, ne? Okay. Das wird schwer mit Karotte. Ja. Das ist perfekt. Oh, dann hast du es geschafft. Also das letzte, das danach ist easy. Wieso bist du wieder der Rinde runtergefallen? Nein! Alter, hör mir auf! Ja, das ist perfekt jetzt. Ja. Ist anders rumgepackt, aber egal. Oh. Oh, nein! Oh, nein. Nein, nein, Ben. Ja, du schaffst es. Du schaffst es. Ja, ja, ja. Man kann sich auch an den Dingern festhalten. Guck mal, ich halte mich gerade an dem Teil fest. Ja, ja, ja. Oh. Ich bin doch im Ziel. Was ist los? Hä, du bist im Ziel bei mir? Bist du noch nicht im Ziel? Oh, Elina! Das hat so rumgepackt. Ich habe auch die Karotte bekommen. Leute, das war es mit der heutigen Folge Super Bunny Man. Ich hoffe es heute hat euch Spaß gemacht. Alter, Ben. Warte, lass. Darf ich dann mal kurz Autoklicker anmachen? Ja, okay, okay. Und bist du ready, Elina, für den Ultrakicker? Bin aber sowas von ready. Oh. Hast du das gesehen? Du bist einfach schon gestorben, bevor du gestorben bist. Du bist einfach vor Erschöpfung gestorben. Alter, Alter, gib ihm mal einen Kick in die Fresse. Alter, damit schaffen wir die Zeit, Elina. Junge, es ist zu schnell. Ich puße gar nicht. Alter, siehst du mich so? Ich sehe das. Ich sehe das. Ich höre das auch. Oh. Halt. Man kommt aber nicht hoch. Es ist wie so ein Pogo-Stick oder so. Oh, ist auch die Leder. Scheiße. Nein. Ich habe es ausgemacht. Junge, sieh mal das Gras. Ja. Ben ist einfach Rasenmäher. Nein. Leute, das war es mit der heutigen Folge des Superbodyman. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Like, Abonniere. Ciao. Ciao.